Aktien 2.0. Der tägliche Ausblick auf Börse und Aktien. Hören und investieren mit Admirals und Analyst und Daytrader Jens Klatt aus Berlin. Hallo, es ist Freitag, der 18. November 2022 und auch heute wollen wir natürlich einen Blick auf die Wall Street uns gönnen und natürlich die Frage stellen, wo stehen wir nach den Inflationszahlen eine Woche später? Welche Aktien sind potenziell interessant? In wenigen Sekunden gibt es die Details. Risikohinweis. Keine daher getätigten Angaben und Informationen sind als Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten zu verstehen, sondern dienen lediglich allgemeiner Information. Es wird hierbei ausdrücklich keine Anlageberatung offeriert. Jeder Handel birgt Risiken. Den ausführlichen Risikohinweis finden Sie in den Shownotes. Nun, zunächst die Frage, wo stehen wir übergeordnet? So wirklich neue Erkenntnisse hat der gestrige Handelstag eigentlich nicht liefern können, zumindest für mich, wobei rein technisch natürlich schon Erwähnung finden sollte, dass nach dem Fall unter die 3950er Marke, die wir ja gestern hier im Podcast thematisiert haben, während der europäischen Handelssitzung und dann auch dem Halten zunächst unterhalb zur Wall Street Eröffnung, der S&P 500 tatsächlich in Richtung der 3900er Region verkauft wurde. Dieser dann aber hat klar halten können und Käufer klar ausmachbar waren und gegen dieses Level auf den Plan traten. Die Aufgabe der Bullen für den Wochenschluss ist nun tatsächlich relativ einfach und klar. Lasst den S&P über 3950 Punkten die Handelswoche beschließen und in Anführungsstrichen alles ist in Ordnung. Denn falls das gelingen sollte, ist mit Ausblick auf das eher ruhige Treiben vor dem Thanksgiving-Wochenende kommende Woche realistisch mit einer Drift zurück in Richtung der 4000er Marke, eventuell sogar mit einer Rückeroberung vor dem Truthanschmaus in den USA zu rechnen. Ja und falls nicht, müssen wir einmal schauen, ob es gelingt, die 3900 zu halten. Wobei, wie gesagt, die nächsten Schlüsselevents, die die Volatilität hier ganz besonders im Zinsmarkt initiieren dürften und die Makrotreiber, die dann auch einen Bruch tiefer auf den Weg bringen könnten, erst mit den Non-Farm-Payrolls und dann mit der FED Mitte Dezember anstehen. Wirft natürlich die Frage auf, welche Aktien sind in diesem Umfeld interessant, welche Aktien sind aktuell eventuell auch ausgehend von den eingekommenen Earnings interessant. Zunächst einmal wollen wir einen Blick werfen auf Alibaba. Betreibt unter anderem ja die gleichnamige B2B-Plattform Alibaba.com sowie das Online-Auktionshaus Taobao und ist nach eigenen Angaben der größte IT-Firmentreiber Chinas. Alibaba gestern vorbörslich mit Quartalszahlen, die eigentlich ganz solide daherkamen, das E-Commerce-Kunternehmen, das meldete einen bereinigten Gewinn von 1,82 Dollar pro US-Aktie bei einem Umsatz von 29,12 Milliarden US-Dollar. US-Aktie, ganz kurz zur Erklärung, es handelt sich hier um sogenannte ADRs, also keine direkten chinesischen Aktien. Analysten erwarteten, dass Alibaba bei einem Umsatz von 29,6 Milliarden US-Dollar einen Gewinn von 1,70 Dollar pro US-Aktie eben melden würde. Im Jahresvergleich stiegen die Gewinne von Alibaba um 15 Prozent, während der Umsatz um 3 Prozent stieg. Vor dem Hintergrund des jüngsten Ausverkaufs in nahezu allen chinesischen Aktien stellt sich natürlich die Frage, ob die Daten nicht eher früher als später einen scharfen Bounce initiieren dürften, beziehungsweise eine nachhaltige Bewegung nach dem schon erfolgten scharfen Bounce, und auch ob das sich dann für uns als mittelfristig agierende Investoren als interessant herauskristallisieren würde. Ich will es mal so sagen, die jüngste Rallye, wie gesagt, von rund 60 US-Dollar zurück in den Bereich um 80 Dollar, getragen durch die Lockerung im Hinblick auf die Zero-Covid-Strategie der chinesischen Regierung, lässt den Modus kurzfristig auf jeden Fall etwas heiß gelaufen anmuten. Nach dem gestrigen Kurs plus nochmal von rund 8 Prozent, vielleicht sogar nochmal etwas mehr. Und ich würde nun erstmal abwarten wollen, ob es zu einem Rücksetzer kommt, und ob es im Zuge eines solchen Rücksetzers gelingt, dann die 70-Dollar-Region halten zu können. Falls ja, scheint Alibaba auf jeden Fall ein interessanter Kandidat für ein eher früher als später dann erfolgenden Test, eventuell sogar Rücklauf über 100 US-Dollar in den kommenden Monaten. Nun allerdings das große Aber. Eine Position sollte im derzeit besonders angespannten Umfeld auch vor dem Hintergrund der Spannungen hier zwischen den USA und China im Hinblick auf die Taiwan-Problematik beispielsweise lediglich als kleine, hochspekulative Position ins Portfolio genommen werden. Das war Alibaba. Börsenkürzel B-A-B-A. Dann wollen wir einen Blick werfen auf Cisco, das US-amerikanische Unternehmen aus der Telekommunikationsbranche. Bekannt ist es vor allem für seine Router und Switches, die von einem wesentlichen Teil der Internet-Backbones genutzt werden. Cisco auch am Mittwoch bereits mit Zahlen nachbörslich, die durchaus zu überzeugen wussten. Cisco hat dank nachlassender weltweiter Lieferkettenprobleme überraschend gut performen können und eine zuversichtliche Umsatzprognose abgegeben. Im abgelaufenen Quartal legten die Erlöse im Jahresvergleich um 6% auf 13,6 Milliarden US-Dollar zu. Der Betriebsgewinn stieg um 3% auf 3,5 Milliarden US-Dollar. Damit übertraf Cisco die Erwartung der Wall Street. Der Gewinn pro Aktie betrug 86 US-Dollar Cent. Erwartet hatten die Wall Street-Analysten hier 84 US-Dollar Cent. Und bei den Erlösen ging die Wall Street von lediglich 13,3 Milliarden US-Dollar aus. Für das gesamte laufende Geschäftsjahr stellte der Konzern ein Umsatzwachstum zwischen 4,5 und 6,5% in Aussicht. Die Erwartung der Wall Street lag hier bei 5,1%. Sprich, Cisco blickt tatsächlich optimistischer ins kommende Quartal als die Analysten, was das Geschäft mit Routern und Switches für Internet- und Datenverkehr betrifft. Das ist tatsächlich ein, ich würde mal sagen, solides Signal. Als mittelfristiger Investor wollen wir jetzt ein klares Halten der 46 US-Dollar-Marke zu sehen bekommen, was in den kommenden Wochen bis Monaten zu einem dann erneuten Test, eventuell gar in der Eroberung der 50-Dollar-Marke führen könnte. Cisco also durchaus als kleine Beimischung im Portfolio interessant. Cisco, Börsenkürzel, CSCO. Und final wollen wir einen Blick werfen auf Macy's, welches mit 728 Filialen der größte Warenhausbetreiber in den USA tatsächlich ist. Macy's am Donnerstag vorbörslich mit wirklich starken Zahlen und einer angehobenen Gewinnprognose für das Jahr. Blicken wir zunächst konkret auf die Zahlen. Macy's wies einen Gewinn pro Aktie von 52 Cent aus gegenüber 19 Cent erwartet und auch beim Umsatz überzeugte Macy's berichtete 5,23 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 5,2 Milliarden US-Dollar. Kurz zur Erinnerung. Im Vergleich zu anderen Einzelhandelsunternehmen hatte Macy's während der Pandemie ja enorme Umsatzsteigerungen verpasst. Selbst als die Konsumenten ihre erhaltenen Stimulus-Checks zum Beispiel dann ausgegeben haben. Die Einnahmen blieben relativ unverändert und beliefen sich im dritten Quartal 2019 noch auf 5,17 Milliarden US-Dollar, im dritten Quartal 2020 auf 3,99 Milliarden US-Dollar und im dritten Quartal 2021 auf 5,4 Milliarden US-Dollar. Demgeüber stehen jetzt im dritten Quartal 5,23 Milliarden US-Dollar. Nun scheint Macy's gegenüber der Konkurrenz besonders im Hinblick auf die umsatzstarke Weihnachtssaison aber einen Vorteil zu haben, denn Macy's ist in Bezug auf die Lagerbestände besser aufgestellt als viele seiner Konkurrenten. Der Lagerbestand stieg im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 7% und im dritten Quartal um 4% gegenüber dem Vorjahr. Im Vergleich zu 2019 gingen die Lagerbestände im dritten Quartal um 12% zurück, ein Zeichen für ein schärferes Warenmanagement, aber auch für Fehlbestände und Engpässe zu Beginn der Pandemie. Mit Ausblick jetzt auf die Weihnachtskaufsaison sieht sich Macy's, wie auch seine Konkurrenz, zwar einer hohen Inflation gegenüber. Ausgehend hiervon senkte Macy's im August seine Umsatz- und Gewinnprognose für das Gesamtjahr und sagte, es gehe davon aus, dass die Käufer möglicherweise weniger für Konsumgüter wie Kleidung ausgeben, da sie mehr für Lebensmittelwohnung und Benzin bezahlen. Und in der Tat, Walmart und Target berichteten bekanntlich genau das unter der Woche, sagten, dass es einen merklichen Rückgang der Verkäufe in Kategorien wie Bekleidung, Elektronik und Haushaltswaren zu sehen gab, aber anders als Target, das seine Prognose für das Weihnachtsverkatzal senkte, hielt Macy's an seiner im August abgegebenen Umsatzprognose fest und sagte, dass es für das Geschäfts weiterhin eine Spanne von 24,34 bis 24,58 Milliarden US-Dollar erwartet. Und zudem hob Macy's die Prognose für den jährlich bereinigten Gewinn pro Aktie auf 4,07 bis 4,27 pro Aktie gegenüber seiner vorherigen Spanne von 4 bis 4,20 Dollar. Sprich, lange Rede kurzer Sinn, für mittelfristige Investoren ist das also durchaus eine spannende Aktie mit Potenzial auf der Oberseite, denn sollte die Eroberung, die gestern bereits am Donnerstag folgend auf diese starken Quartalszahlen der 22-Dollar-Marke erfolgte, sich nun als nachhaltig herauskristallisieren, kann ich mir durchaus vorstellen, dass Macy's noch den ein oder anderen Punkt auf der Oberseite läuft. Das war Macy's. Börsenkürzel, kurz und knackig, M. Und das war der Admirals-Aktien-Podcast 2.0 heute am Freitag, den 18. November 2022. Denken Sie daran, die Republik kann traden und sie kann traden und investieren 2.0 mit Admirals. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch am Montag wieder reinschalten, aber zunächst einmal wünsche ich Ihnen bis dahin ein schönes, erholsames Wochenende und für den Rest der Handelswoche ein Happy Trading. Passen Sie auf Ihre Stops auf, wir hören uns am Montag. Ich freue mich auf Sie, haben Sie sich wohl, machen Sie es gut. Bis dann und tschüss. Das war Aktien 2.0 mit Jens Knatt. Wir freuen uns, Sie auch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Neu an jedem Börsentag am frühen Nachmittag.